Willkommen auf Marcel.TV Willkommen, willkommen, willkommen bei Marcel.TV Ich weiß nicht, ob ich es gerade wieder gemacht habe, deswegen wiederhole ich es. Heute geht es um Technik. Aber vorher noch ein anderes Thema. Erstens, ihr habt euch mal gefragt, wann meine Videos hochgestellt werden. Jeden Donnerstag? 16 bis 18 Uhr allerhöchstens. Autogrammstunde gibt es keine. Heißt, die, die auf meine richtige Fenster sind. Ja, und... Ja, und... Von letzter Woche, die Liebe ist nun wieder noch. Ja, und... Was ist der Schick, fragt ihr euch manchmal? Der Schick ist, wenn man... Ja, wenn man mal ein gutes Handy hat. Nicht so ein altes Schrott-Handy. Ein Schrott-Handy ist, wenn man ein Taschen-Handy hat. Ähm... So sag ich... Äh... Ja... Es gibt... Ein Nexus 7... Nexus 4 ist ein... Handy... Nexus 7 ist ein Tablet... und... Ja... Es gibt... Ein... Zwei... 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 Das Samsung Galaxy S. Ich habe das Samsung Galaxy S GTS 5839i im Moment, weil das von mir das andere Handy, das 0i, ist im Moment zu Schrott, leider. Ich habe ein Notfallhandy für heute. Heißt, wundert euch nicht, wenn ihr da auf ihr kratzt, sind noch schlechte. Ist mal dem anderen Handy auch. Ja, jetzt gleich kommt eine Bahn, wobei heißt, erschreckt euch nicht. Das ist jedes Mal so, ich wohne an der Bahn. So. Und eigentlich ist das auch zu Ende gewesen. Das war Marcel.TV. Zeigst euch noch die Umgebung. Heißt dann sein kleiner Dreher und dann Wasser. Freude vom Marcel.TV. Yep. Das war's.